Du 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 du.. Wow... Du hast den Tank aber fast alleine platt gemacht... Ja, ich lag da auf dem Boden. Sehr gut... Der Dick ist rumgelaufen, ihr habt mir eine Pistole drauf geschossen... Nicht schlecht... Ja... Ach, die Bitch, hey, die war so vor Tod dachte ich eigentlich... Nee... Ich hab sie nicht mehr gesehen, danach... Nachdem sie halt angebrannt war... Oh nein, jetzt habe ich die alte Schottie. Moment. Habe ich nicht noch eine neue? Hier, hier. Der Health-Pack-Zombie ist weg. Bisschen tischt. Ja, die rennen anscheinend immer weg. Oh oh. Ah, ich habe ihn her. Er ist mir hinterhergerannt anscheinend. Nein. Ich wollte ausweichen, bin genau in den Weg. Okay, ich gebe es irgendwo in den Eingang. Okay, Health-Pack ist gedroppt. Sehr schön, Pilz und Health-Pack hat sich gelohnt. Fuck. Spitter-Ship. Oh, scheiße, ein Boomer. Vorsicht. Oh, das war so, so schlecht. So, weiter geht's. Oh, so viele Rohrbomben. So, das war's denn. Ah, okay. Pipebomb all the way, habe ich gesagt. Sehr gut. Okay, wir müssen links zum Schildarbeit. Irgendwas bleibt. Moment, ich hatte gerade noch Buffen aufgesammelt. Wo müssen wir hin? Durch das Rohr, dann müsst ihr durch. Oh, which? Ist die Mütten drin? Nee. Nee, nee, ich höre sie nur. Okay. Oh, Hunter. Oh, Hunter. Ich könnte noch mal Munition gebrauchen. Nein. Wie weit das Feuer reicht. Oh, hat's verledigt. Eine Combat Shotgun. Okay. Hier geht's Stufe hoch. Mit Charger und Smoker. Na dann auf ins Getümmel. Oh, hier ist ne... Leichtes MG. Äh, lass mal auf Platz warten. Geschickst ein paar Fächer hier von hinten kommen. Flachin? Bist du dabei? Oh, wer denkt das? Hä? Wie viel? Hä? Hä? Okay. Wollen wir? Wo seid ihr denn hin? Ja, wir müssen hier wieder herrangen, glaube ich. Da kam... Ich kenn die Map noch nicht. Flachin gerade her. Also... Nee, nee, wir kamen von der Leiter. Nee, wir müssen hier rüber auf die andere Seite. So. Achso, glaube ich jetzt. Rüber springen? Ah, da. Ah, okay, okay. Hier ist ne Planke. Und hier gibt's White Bomb und Pils. Ups, scheiße. Da hast du aber auch nen Talent für, oder? Ja. Ich wollt doch nur ein Meuerkopf machen. Ja. Bisschen schwungvoll. Hier wären auch Treppen gewesen. Ich lade hier nicht hin. So, warte mal. Ah, nee, es macht Punkt. So, jetzt geht's weiter. Ah, hier ist wieder Combat? Nee. Normale Shotgun. Okay. Ups, sorry. Nein, das ist schon wieder die alte Shotgun. Die will ich nicht. Hier ist ne Extreme Shotgun. Irgendwo. Was für ein Ding? Baum Shotgun. Oh. War so geplant. Mhm. Ich dachte, ich hab noch ne Pipombe. Hier, eine Pipombe. Hier, andere. Nice. Was? Also, früher waren die Smoker viel härter. Da konnte man alleine nichts gegen machen. Alleine kannst du gegen gar nichts hier was machen, finde ich. Ne, wie früher. Also, jetzt hat der Platin zum Beispiel gegen Smoker was gemacht. Hat hier nicht geschafft, alleine. Der Smoker hat ihn alleine nicht geschafft. Jedenfalls, hier gibt's ein Problem. Vielleicht kannst du nicht. Oh, Jockey, Hilfe. Okay. Hier ist irgendwas. Was? Ich höre mich sehen. Ich nehme mein Defi mit. Oh, Laser Side. Okay. Hier gibt's noch Pillen und MediPack. Pillen hab ich. Ich nehme das MediPack. Das heißt, ein Defi. Okay. Das ist ein Zimmer. Oh, Tank. Oh, scheiße. Tank im Treppenhaus ist immer schlecht. Das war's schon. Und Jockey ist sehr hoch. So, jetzt wollen sie uns aber trollen hier. Tank, Jockey, Spitter. Als nächstes kommt hier noch ein Charger und ein... Dings, Smoker. Ich brauche jetzt wieder Munition. Also, falls jemand was sieht. Ja, der unten wird sogar Haare. Ich weiß... Ich weiß, äh... Du oder was ihr habt. Äh... Oder einer von euch. Ich hab du mal bei, aber... Egal, ne. Ich spring runter und schmeißen was dann. Okay. Wow. Sehr gut. Okay. Oh, wohin? Da ist eine Leiter. Oh, da kommt schon wieder ein Tank. Ne, ein Charger. Ein Glück. Oh, Smoker. Chaos. Was? 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 Ah, ja. So, welcher Gang? Mach es nur ein Unterplieb? Du gibst einen MedCat? Ich hab einen. Ich könnte eins brauchen. Platz in Cloud, Platz in Cloud. Platz in Cloud. Okay, hier kommen gleich viele, weil wir irgendein Schalter treten. Oh nein, Moment, 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 ich hol mir meine Shotgun wieder. Gott gesehen, da liegt Munition. Warte, ich hol mir hier eine Waffe, ey. Meine ist kacke. So. Weapons hier! Ammo hier! Okay, bereit? Okay, ja, Moment. Wo ist denn der Safe Room? Also, wenn das hier losgeht, dann kommen immer wieder Zombies. Wir müssen schnell, schnell durchrennen. Wo der Safe Room ist, ist ne gute Frage. Auf der anderen Seite. Im Zweifel. Ich bin zu spät. Egal. Jetzt geht's drum. Wo? Da kommt man nicht rüber. Ja, jetzt müssen wir fern. Ist okay. Ja, irgendwie müssen wir durch. Ist hier überall Wasser und... Da ist halt ein Ausbruchzeichen. Ja, da sollten wir vielleicht hin. Jo. Keep moving. Ja, ist ne Leiter. Das ist schon mal gut. Und da ist schon der nächste Knopf. Knopf ist mal gut. Und los. Und los. Uh, brennendes Wasser. Sehr gut. Das lief. Erstaunlich, äh, reibungslos. Ja, ha. Hab' ich schon Schlimmeres erlebt. Na, hier gibt's nichts. Noch sind wir nicht da. Doch, da ist er. Safe Room. Puh. Okay. Bis auf Niki-Boy warten. Ach ne, der glitscht jetzt wieder rum, oder was? Kein Scheiß. Können wir den kicken? Boot kick oder so? Kann man nicht. Na, er kommt schon. Das ist so ein Katane. Oh, wir fallen, Junge. Ach so, hat er kann man schon. Das ist sehr schön. Jo.